Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen... Obwohl, das ist kein neuer Spielmodus. Was labere ich? So, und da bin ich dann auch schon wieder. Und ja, wir spielen heute mal Sabotage. Sabotage ist einfach nur Trouble in Mindville, was wahrscheinlich fast jeder von euch kennen wird. Einfach nur in einer etwas anderen Variante mit ein paar mehr Items, mit anderen Maps. Und ja, es geht jetzt in 10 Sekunden los. Und da bin ich auch schon ganz schön gespannt. Ja, ich hoffe mal, dass ich hier der Saboteur werde. Hier heißt es nämlich nicht Traitor, sondern Saboteur. Und ja, jetzt dauert das noch ein bisschen, dann geht es los. Und wie gesagt, einfach hier Trouble in Mindville sozusagen ein paar mehr Kisten abgreifen. Ich finde das hier sogar noch ein bisschen besser, weil man hier auch eigentlich mal richtig spielen kann und nicht immer nur... Bei Trouble in Mindville ist es ja immer ein bisschen so eine Sache. Ja, Ender Chests kann man sich auch sofort schon nehmen. Da sind dann immer noch ein bisschen bessere Items drin, aber nicht immer nur ein Eisenschwert. Eisenschwerter kann man auch durch die ganz normale Kisten kennenlernen. Aber, ähm, ich würde vorschlagen, ihr, ähm, guckt euch das jetzt einfach mal ein bisschen an. Und wieso habe ich keinen Schaden genommen? Egal. Ich bin dann ja mal gleich gespannt, was ich bin. Oh, ich habe eigentlich schon die perfekte Ausrüstung. Es gibt nämlich auch Tränke und so und ich bin natürlich innocent. Das war wieder klar. Eben habe ich nochmal eine Aufnahme gemacht. Da ist noch alles abgestürzt, aber ich, äh, Saboteur, wie das hier heißt. Da habe ich schon einen, ja. So, wow, da habe ich schon ganz schön viele Pfeile und Böböbögen. Oh ja, und dann gucken wir jetzt mal hier, wer sich hier ein bisschen auffällig verhält. Ja, wer das noch nicht kennt, also Trouble in Mindville, der guckt sich am besten einfach mal ein Video von mir an. Davon habe ich schon reichlich gemacht. Und dadurch, dann wird er das vielleicht dann auch verstehen Aber die meisten von euch werden das ja wahrscheinlich sowieso wissen Und ja, es kommt jetzt endlich mal wieder ein Video In der letzten Zeit war ja ein bisschen selten Na, die spielen bestimmt zusammen Aber dann bin ich jetzt mal, ich will jetzt gerne mal Ich will jetzt einfach mal einen Traitor töten Weil ich hab schon so viel schönen Karma Weil ich hab da schon ein bisschen gespielt Wie viele Mützen, wollte ich schon sagen Wie viele Helme brauche ich denn noch? Oder soll ich denn noch bekommen? So, ich ziehe nochmal ganz nach oben Zack, 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 zack Und hier ist natürlich wieder nichts, so wie es aussieht Mal sehen Haha, nichts natürlich Wow, der hatte ein Eisenschwert Die sind... Wow Na, greifen die mich an? Ich weiß gerade gar nicht, was hier los ist Irgendwie benehmen sich alle nicht So, komm, du bist ein Traitor, du bist ein Traitor, du bist ein Traitor, du bist ein Traitor Du bist ein Traitor Ja, weg hier, nein Verdammt Hahaha Scheiße Geil, ich hab 1000 Karma, Leute 1000 Karma-Runde Nein Ähm Ja, ich würde sagen, ich häng doch gleich noch eine Runde dran Aber 1000 Karma, geil Okay, Leute Dann sehen wir uns gleich wieder Bis gleich So, da bin ich dann jetzt auch schon wieder mit meinen schönen 1000 Karma Finde ich richtig, richtig cool Ähm Ja, aber nur eingetötet Aber trotzdem jetzt hier Irgendwie hab ich das Gefühl, das geht hier ein bisschen schneller Aber mir doch egal Hauptsache, ähm 1000 Karma, das ist ziemlich, ziemlich geil Ja 4, 3 2 Eine Sekunde noch Und dann geht's jetzt auch schon los Die Map lädt jetzt irgendwie noch Darum dauert das noch ein bisschen Ähm Dieses Buch brauchen wir eigentlich fast gar nicht Und ja Ich hoffe mal, dass ich jetzt mal noch eine Runde Saboteur bin Um euch das dann auch mal zu zeigen Und ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser Aufnahme schon Oder in der letzten, meine ich, gesagt hab Ähm Und zwar Gibt es, ähm Jetzt ja auch, gibt's natürlich auch Shops Aber es ist nicht so wie bei TroubleMindville Dass man sich zum Beispiel von Traitor Punkten Also wenn man viele Leute getötet hat, was kaufen kann Sondern man kann sich von dem Karma was kaufen Was ich übrigens auch sehr, sehr cool finde Ähm Ja, so hat so, sozusagen Jeder hat die Möglichkeit, sich was zu kaufen Aber, äh Man muss es, man verliert dadurch eben Karma Und das kann ich nämlich auch gleich mal machen, was kaufen Zum Beispiel eine Map kann man sich kaufen Oder was auch immer Und ja Ich muss sagen, das hier macht mir mehr Spaß Als TroubleMindville Das sage ich jetzt auch wirklich so Also es macht mir wirklich viel mehr Spaß Weil es einfach viel mehr Kisten gibt Viel mehr Kram auch Ich sag mal, so Feuerresistenztrank Weiß ich zwar nicht, was ich damit jetzt so unbedingt soll Wie komm ich da rein? Egal Weiß ich nicht so genau, was ich damit soll Aber Dafür gibt es Steinschwerter, Holzschwerter Alles gibt's Brustpanzer Das finde ich einfach ziemlich, ziemlich cool Und macht einfach viel mehr Spaß Ist ein bisschen vielfältiger Jetzt hatte ich so viele Feuerresistenztränke Obwohl ich die gar nicht brauche Au Und wurde eigentlich schon gesagt Ach, ich bin innocent schon wieder Das ist ja echt toll Das ist Das hier ist nur immer so Man bemerkt es irgendwie gar nicht Wenn man jetzt Ähm Irgendwas ist Warum geh nicht in das Haus? Da will ich rein Sehr gut Wow Soll ich da runter? Ich weiß es nicht Egal Ähm, ja Ich hätte ja noch sehr, sehr gerne ein Steinschwert Ich gehe jetzt einfach hier nochmal rein Und er In der Hoffnung, dass ich noch irgendwas finde Kann ich den anziehen? Ja Wusste ich doch, dass ich mir den anziehen kann Ähm Hier ist nichts mehr Dann gehe ich nochmal hoch Und hier ist auch nichts mehr Ja, dann Wollen wir jetzt einfach nochmal auf Traitor-Suche gehen Und ich hoffe, dass wir jetzt mal welche finden Weil Ah So Du Und ja, was ich jetzt, ähm Auch noch dazu sagen muss Mit dem Karma hier Ist es auch noch ein bisschen anders geregelt Und zwar Ähm Kriegt man, wenn man einen tötet 40 Karma Glaube ich Also wenn man ganz normal als Traitor ein Innocent tötet Oder andersrum Aber wenn man, ähm Das ist natürlich jetzt doppelt so viel Als bei Äh, wie bei Als bei Trouble in Mine will Aber dafür Wenn man einen falschen tötet Kriegt man, glaube ich Sogar 50 Karma weniger Das weiß ich aber auch nicht so ganz genau 40 oder 50 Ist das immer mal so, mal so Irgendwie Kommt drauf an, ob es Detektiv ist oder nicht Und ich sabbel hier schon wieder so viel Ich will jetzt endlich mal ein paar Leute Sieben Leute sind nur noch da Okay, dann gehe ich jetzt mal hier Ein bisschen weiter in die Stadtmitte Damit wir dann auch mal was von der Action mitbekommen Tja Ich würde auch mal gerne wissen, wo hier der Traitor ist Der Traitor Der Tester meine ich Ich kenne das hier nämlich noch nicht Gar nicht so gut Aber, äh Ich habe das jetzt gestern oder vorgestern oder so Habe ich das mal angefangen zu spielen Und seitdem mag ich das Ne, gestern Mag ich das so Ach, was labere ich denn hier? Ist doch eigentlich vollkommen egal Was machst du hier? Okay, der steht hier einfach nur rum Das ist ein bisschen komisch Ähm, dann mache ich mal Slash Shop Was mache ich denn hier? Neh, wir schreiben Ähm Ich weiß gar nicht, wie man das macht Shop 1 Ah So, jetzt zeigen wir mal zum nächsten Spieler Oh, warum leckt das hier so? 15 FPS Hallo? Kannst du dich mal wieder einkriegen? 30? Hä? Was? Hä? Was ist denn das? Ach, die sind hier alle Okay Naja, auf jeden Fall So kann man sich immer beim Shop was kaufen Man gibt einfach einen Shop Und dann, äh Die Nummer Ah, dann sind welche Da gehe ich mal hin Wieso habe ich denn nur so wenig FPS? Das tut mir gerade echt leid Was war das? Wusste ich doch, dass hier einer Da Da, komm rauf Auf ihn, rauf, rauf Ah Sehr gut Ähm Nein Nein Verdammt Okay, Leute Dann, eine Runde hänge ich noch dran Wir sehen uns gleich wieder Und da bin ich auch schon wieder Das ist jetzt hier die letzte Runde Die Verdammt Die letzte Runde, die ich jetzt hier spiele Und ja, wenn es euch gefällt Dann, äh Lasst doch mal das in den Kommentaren wissen Ne, wohl Mich in den Kommentaren wissen Damit, ähm Ich dann vielleicht hiervon auch mal mehr machen kann Ähm Ja, aber da Wollen wir jetzt erstmal hier die Kiste Ja, danke Erstmal die ganzen Kisten hier abgreifen So, wie ich das mal so schön nenne Okay, cool Ein Schwert haben wir schon Ähm Das ist ja erstmal schon mal das Wichtigste, finde ich Ähm Tja, da ist noch eine Ender Chest Die Ähm, wie komm ich denn da rüber Sind wir überhaupt genug Ich bin allein Ich bin allein Wirklich Haha Oh Mann Okay, Leute Eine Runde kommt dann doch noch Ja, Leute Und was das jetzt gerade war Da weiß ich auch nicht Ich weiß nicht Wieso sind da Warum waren da so wenig Einer nur Hier sind so viele Naja Gut Ja Die letzte Runde jetzt hier Ähm Ja, und wenn es euch gefällt Hier dieses Ähm Sabotage Dann Könnt ihr mir das ja in den Kommentaren Mal Ja Mal hier mal in die Kommentare schreiben Ganz genau Damit ich weiß, ob es euch gefällt Und ob ich davon mehr machen soll Oder ob ich lieber wieder aufs gute alte Trouble in mein Wild zurückgehen soll Und Ja Das Könnt ihr mir dann ja einfach Mich einmal wissen lassen Das wäre ziemlich, ziemlich cool Und ja Jetzt hier diese Kiste noch Naja, eine Hose Ich hätte viel lieber ein Schwert Ich finde mich viel wichtiger So, jetzt hier erstmal rein Aber irgendwie Hallo Hallo Scheiß Tür Mann, sind hier viele Türen Weiß nicht, ob ich hier überhaupt nicht zurecht finde Ah Ein Schwert Sehr schön Das Wichtigste haben wir Und wenn ich jetzt nochmal Saboteur werde Oh Innocent Okay, Leute Das war dann wohl nichts mit dem Saboteur sein Macht aber auch nichts Ich habe meine Küste Hier ist nichts mehr Meine Küste Cool Ähm Jetzt haben wir eigentlich fast alles Ich hätte noch sehr gerne ein Steinschwert Vielleicht sogar auch noch ein Eisenschwert Aber Okay, das macht eigentlich Das muss nicht unbedingt sein, meine ich Aber Ja Ich gehe jetzt einfach wieder mal in die Mitte Eine Dreiertür Oha Gut, ich gehe jetzt erstmal wieder ein bisschen in die Mitte Dahin, wo die ganze Meute ist Und ja Hier rüber Zack, zack Oh War geil 1000 Karma ist auch schon geil Oh Alter Knack hier nicht so rum Das erschreckt mich mal voll Wo ist denn hier? Ich weiß nur leider nicht Ah Du warst Du hast ihn geschlagen Komm schon, komm schon Komm schon Ja, es war einer Es war Oh, scheiße Okay, das war auf jeden Fall ein Traitor Sehr geil Ähm Gut, Leute Das war es dann jetzt von Sabotage Wenn es euch gefallen hat Lasst doch einen Daumen nach oben da Ähm Und vor allem Ganz, ganz wichtig Ähm Schreibt in die Kommentare Ob es euch gefällt Ob ich lieber Sabotage oder Trouble in Mind Will machen soll Ähm Ja Und ich würde sagen Dann sehen wir uns Ähm Ich hoffe es kommen jetzt mal wieder ein paar Mehr Waldvideos Ich kann es aber nicht versprechen Momentan ein bisschen stressisch Aber Ja, das könnt ihr wahrscheinlich verstehen Und ähm Hey, mein Kopf Geil Ich muss jedes Mal sagen Wie toll der aussieht Okay, Leute Dann sehen wir uns Und ähm Ja Tschüss I G Cause You Bis zum nächsten Mal.